Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Start Your Valley. Ich bin euer Basti, schön dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und wir haben wieder einiges zum ernten, wunderbar und auch einiges zum verkaufen. Die Bohnen die wollen doch nicht so richtig, ok. Und ihr habt es mir bestimmt schon in die Kommentare geschrieben. Wenn man hier oben auf dieses Symbol geht sieht man natürlich was man im Gemeinschaftshaus alles noch abgeben muss. Man kann das natürlich hier nicht rein platzieren, aber ja man kann im Prinzip gucken was man alles braucht und das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das ja wie gesagt habt ihr mir bestimmt in die Kommentare irgendwo reingeschrieben. Und ja ich habe das irgendwie total ein bisschen verpeilt, aber was soll's. So wir müssen auf jeden Fall erstmal ein bisschen was verkaufen. Der Blumenkohl wird nicht verkauft. Der kommt dann natürlich ins Gemeinschaftshaus. Wir müssen jetzt aber auf jeden Fall erstmal gießen und was wir als nächstes unbedingt brauchen ist ein bisschen Eisen. So ich habe glaube ich sogar noch ein paar Pasting Nacken oder hatte ich sogar noch eine Blume. So dann wollen wir erst einmal wieder komplett durchgießen. Unsere Miets möchte auf jeden Fall geknuddelt werden. Ja guck mal die kommt schon zu uns. So wunderbar ich würde ja fast behaupten dass dieses vertrocknete hier nicht mehr wächst und da ist auch schon leer unsere Gießkanne. Natürlich brauchen wir hier vom Gießen her ziemlich viel Energie schon. Und ich muss mal schauen, dass wir vielleicht uns so ein paar Steaks machen können. Müssen nämlich mal gucken. Aus diesem Fliegenfleisch können wir uns glaube ich auch was zu essen machen. So unsere Miets bekommt natürlich auch noch was. So die Blume wird noch verkauft. Der Blumenkohl kommt weg. Und hier hinten haben wir sogar Beeren, die wir verkaufen können. Sehr gut. Die können wir natürlich auch essen, das ist klar. Aber ich habe doch hier glaube ich irgendwo hier dieses Fleisch. Und daraus kann ich glaube ich Käferfleisch machen, was 45 Energie gibt. Naja gut. Zwei Stück kann ich da nur machen. Egal. Hilft uns auf jeden Fall auch ein wenig. So was haben wir denn hier eigentlich noch drin. Die vier Pastinaken. Habe ich hier eigentlich noch. Oh ja ich habe ja noch Pastinakensamen. Guckt mal. Muss ich auf jeden Fall noch anpflanzen hier. So dann muss ich aber auch noch mal gießen. Ich habe gedacht, ich habe schon alles, habe schon alles erledigt. Aber leider. So jetzt habe ich alles erledigt. Dann kommt das hier weg. Dann kann ich auf jeden Fall gleich mal hier so ein Käfersteak mumpeln. Das gibt mir richtig schön Energie. Dann können wir vielleicht zu Robin gehen und ins Gemeinschaftshaus und auch noch mal in die Mine. Lieber Nachbar, ich hoffe du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Bias Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten. Pierre. Ja Dünger müssten wir auf jeden Fall auch unter unsere, auf unsere Felder hier bringen. Weil dadurch steigern wir natürlich, dadurch steigern wir natürlich die Qualität unserer Sachen. Deswegen werden wir mal einfach bei Pierre vorbeigehen. Dann werden wir mal schauen, dass wir Robin finden, damit wir ihr ihre Axt wiedergeben können. Und ich muss langsam anfangen, der Auserwählten, die ich gerne heiraten möchte, ein paar Geschenke zu machen. Wir können hier nochmal reinschauen. Ähm, gradeんでkommen. Ähm, Grabbenart. Eine Grabbe hab ich gerade nicht. So, wir... Pierre, wir gucken mal bei dir vorbei. Wo hast du jetzt Dünger? Willkommen bei Pierres. Wie kann ich dir helfen? Äh, wer kommt jetzt? Dumm, dumm, dumm. Movies, ähm... kommt her leute gutscheine für 50 prozent rabatt im jojo markt 50 prozent nun irgendjemand interessiert nein ich nicht du bist nämlich so ein alter kleiner schleimer ja und ich möchte garantiert kein gutschein für dich und ja aber ich komme gerne diesen was aber ich komme gegen diese preise nicht an ich würde verlust machen es muss schwer für dich sein deine loyalen kunden einfach so zu verlieren aber kannst du es ihnen verübeln der jojo konzern ist eindeutig die bessere wahl bald wird der ganze ort das verstehen hey da hast du keine chance mein kollege du bist so ein kleiner schleimbeutel ich bin und bleibe pierre ein bisschen treu hallo so was haben wir denn pastinaken, kartoffeln, tulpenziegeln bräuchte ich wahrscheinlich auch für das bienenhaus das bienenhaus kann ich mir nicht machen da brauche ich nämlich eine eisenbahn ok du hast aber dünger hast du gesagt ne weizenmehl reisöl essig standarddünger kostet 100 beschwindwuchs oder kann ich den vielleicht auch selber machen ich werde mir mal drei so einen dünger verkaufen kann ich ich kann sogar hier die 15 gibt es bei dir wenn ich die so verkaufe gibt es auch 15 dann kann ich die ja eigentlich auch bei dir verkaufen so aber mein blumenkohl bekommst du nicht den muss ich nämlich ins gemeinschaftshaus backen und dann muss ich nämlich zu robin gehen oh guck mal robin ich habe da was gefunden hey du hast meine ax gewinnen was für eine erleichterung ich habe mir fast den c mit der anderen abgeschlagen danke dir wow und wir bekommen eine belohnung von 250 gold super jetzt brauchen wir nur noch in der mine tief reingehen und einen hühnerstall bauen ich habe aber auch schon überlegt dass ich vielleicht nicht den hühnerstall zuerst baue sondern vielleicht unsere axt update aber da hätte ich jetzt auf jeden fall ähm wo war denn das warte mal das war hier oben ja da hätte ich mir fünf kupferbarn mitbringen sollen mal sehen ob ich das noch geschafft hätte erstmal kommt der das bindel hier hin und das ist sogar das bindel für das gewächshaus hier belohnung abholen geschwindwuchs 20 sehr schön wir brauchen aber noch die pastinaken ja gut vielleicht ist doch der hühnerstall ein bisschen angenehmer und jetzt haben wir schon wieder neue aufgaben die wir erledigen müssen okay dort hinten da hinten können wir jetzt auch was neues machen da werden wir doch gleich mal schauen was wir da brauchen ach aber eigentlich müsste ich wie gesagt noch mal nach hause gehen und mir fünf eisenbahnen holen damit ich das holz damit ich die axt vielleicht verbessere ein kupferbarn ein eisenbahn ein goldbahn das ist ok quarts erdkristall 50 schleim ok also heißt es auch ich muss schleim sammeln gut das sind aber aufgaben die eigentlich relativ leicht gemeistert werden können und die frage ist schaffe ich es jetzt noch schaffe ich es jetzt noch in die schmiede um meine axt aufzubessern das kostet zwar 2000 aber damit können wir auf jeden fall bäume ein bisschen schneller fällen denn wir brauchen definitiv einiges an holz und wenn wir da nicht so viel energie verschwenden ist das auf jeden fall gut ich werde mal 1 2 3 4 5 6 bahn mitnehmen ich weiß gar nicht brauche ich denn auch ein quarts ne eisen und gold brauche ich noch ein quarts und ein erdkristall ok ein quarts und ein erdkristall habe ich nicht ich habe nur zwei schleims ok dann würde ich jetzt auf jeden fall nochmal versuchen zum wer war es zum schmied dazu gehen und auf jeden fall die axt schon auszubessern weil dann können wir definitiv ein wenig schneller ein wenig schneller holz fällen die bären können wir auf jeden fall mitnehmen weil die können wir verkaufen die bringen ein wenig geld und ist auch noch eine blume die nehmen wir auch noch mit und jetzt gehen wir hier hin und sagen wir möchten gern eine kupfer axt für 2005 wahren danke ich fange damit an so schnell wie möglich an es sollte in ein paar tagen fertig sein sehr gut jetzt habe ich natürlich keine ähm moment habe ich hier hinten irgendwas gesehen was ist das denn hier kann komme ich hier hin ne da komme ich nicht hin das ist aber irgendwas hm so ich würde jetzt gerne auf jeden fall wie gesagt nochmal schnell zum gemeinschaftshaus gehen und vielleicht noch die ein oder andere minentour machen das problem ist natürlich die zeit das ist 14 uhr schon es ist schon relativ spät das ist natürlich doof immer war hier oben nicht auch noch so ein busch ja guckt mal da kann ich mir auch noch mal so eine bäre holen so ein kupferband der war ja hier hinten bei dem bündel dann können wir das zumindest schon abschließen und auch das mit dem quaz können wir weg geben so quaz und ein kupferband sehr schön ich glaube wenn wir das bündel fertig haben dann sind auch die lohren dann ähm fertig mit denen wir hier schnell reisen können die hier überall stehen ich glaube so war das ich habe jetzt aber leider nicht drauf geachtet bisschen schade wir müssen definitiv wenn es regnet auch noch ein bisschen was hier oben fangen gehen weil beim regen gibt es auch spezielle fische die hier oben am bergsee zu finden sind jetzt können wir auf jeden fall alles mitnehmen oder mal das nehmen wir auch noch mit dann schauen wir mal dann gehen wir nämlich mal in die mine ich weiß gar nicht wo sind wir denn stufe 25 waren wir jetzt okay ich bin mir aber auch nicht sicher ob wir heute unbedingt Glück haben da kommt schon so ein hässliches fliegenvieh anher aber den schleim kann man natürlich auch gebrauchen so die steine nehmen wir mit sehr gut man lass mich doch mal in ruhe das gibt es nicht die steine nehmen wir auch mit so schläge so schläge so schläge so schläge es ist auch natürlich noch die hier kann man natürlich noch die treppe finden jawohl hier haben wir einen schönen schleim noch gefunden sehr gut so dann wollen wir mal schauen dass wir vielleicht ein bisschen Glück haben ja dort oben ist auf jeden fall die treppe sehr gut wunderbar so wir haben es 18 uhr schon es ist mittlerweile schon ganz schön spät so den schleim nehmen wir mit dann gibt es hier unten wahrscheinlich kohle drin jawoll sehr gut eine weitere geode sehr schön können wir auf jeden fall beim schmied können wir auf jeden fall beim schmied so hier müssen wir jetzt immer noch weiter suchen aber fast keine energie mehr wir sind gerade mal in stufe 28 das heißt wir kommen wieder nicht bis stufe 9 bis stufe 30 so die bären geben wenigstens ein bisschen energie obwohl der rettich hier der gibt auch einiges mal schauen vielleicht haben wir ja doch noch Glück und finden hier irgendwo irgendwo die treppe hier aber es ist halt spät ach schade es sieht nicht so aus als ob wir hier noch eine etage weiter nach unten kommen sehr sehr schade ah simba ok ah die kohle und das brauche ich auf jeden fall ja natürlich jetzt günstig matt die auf kohle jetzt w und w kohle Meine Güter. Oh Gott. Oh, was war das? Oh Gott, das ist schon 22.50 Uhr. Ich muss auf jeden Fall nach Hause. Ah, da ist die Treppe. Sehr gut. Mine verlassen. Uiuiui. Das wird, das wird natürlich, ich wollte eigentlich nochmal angeln, aber so wie es aussieht hier, werden wir das heute nicht, oh, was habe ich denn hier gefunden? Moment. 1.1. Unität 1, das brauche ich nicht, das kann ich verkaufen. Der ist ja schlechter als, der ist ja schlechter als meiner. So, Holzfällen können wir ja morgen nun noch nicht, weil wir ja unsere... Weil wir ja unsere... Oh, ein weiteres Buch für die verlorene Sammlung. Von... Schlafen ist es wirklich schon spät. So. Oh, Sammlerstufe 3. Neues Herstellungsresatz. Ein Zapfhahn haben wir bekommen. Und ein Lebenselixier. Super. Und dann schauen wir mal noch schnell hier rein und dann machen wir... Oh, 819. Ja, ich denke mal, wir werden unseren Hühnerstall schon bald bekommen. Gut, ihr Lieben, dann geht es in der nächsten Folge mit Stardier Valley weiter. Warte mal, den Schuh, den kann ich auf jeden Fall verkaufen. Die Höhlenkarotte brauche ich. Das hebe ich alles auf. Die Geode kann auch weg. Den Samen kann ich sehen. Gut, dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und schaltet wieder ein zu Stardier Valley. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.